So, 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 hallo und willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blight Forest. Ja, Leute, wir stehen kurz vorm letzten Dungeon, nämlich dem Horu-Berg. Und dem einen oder anderen wird vielleicht was aufhalten. Da unten steht eine fette 2 mit einer noch fetteren Kugel. Ich habe nämlich off-screen ein bisschen, in Anführungszeichen, trainiert. Und habe ein paar Gegner gekillt und ein paar Achievements gefarmt. Und, ja, wir stehen kurz vorm dritten Kugel. Und das werden wir hoffentlich im Horu-Berg noch bekommen. Weil ich weiß nicht, wie viel ich da drin noch kriege. Und, ne, da habe ich lieber ein bisschen off-screen gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt da rein, ne. Wir haben ja alles auf der Map geholt. Das heißt, los geht's. Und ich freue mich da drauf, weil ab dieser Stelle wird es fast leid für mich. Aha. Liebe als Quelle der Wärme, all ihr Glanz ist verbrannt. Uri, wenn wir diesen Ort bedrehen, gehen wir vielleicht nie mehr zurück. Ja, dann los. Rückschaffung, ins Feuer, der Horu-Berg. Das Element der Wärme ist nah. Doch der Berg, das habe ich noch nie gesehen. Wir sind weit gekommen, haben so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgehen, wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Na dann, let's fetz. Au, 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 das tut weh. Und da seht ihr es, der Berg ist zugegangen. Und das war schon mal geil. Aha. Okay, also ich soll auf jeden Fall hier hoch, anscheinend. Ich kann hier kurz stehen, das ist praktisch auf jeden Fall. Äh, okay. Ich stehe gerade noch nicht wirklich, was ich tun muss. Ich kann auf jeden Fall hier hoch. Und hier oben kann ich... Was tun hier hoch? Okay. Dann kann ich hier hoch. Ist das... Achso, natürlich. Zack. Ich kann aber hier kurz stehen. Nein, ich kann hier nicht stehen. Äh. Sehr blöd. Zack. Okay. Hier kann ich stehen. Wow. Kollegah. Nein, nein, nein. Oh, fail. Fail. Schieß mich mal da hier hoch. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Beschwindet. Oh mein Gott. Stop it. Ich muss mal auf die Karte schauen. Moment. Äh. Ich kann hier sowieso nirgends hin. Na gut. Das war blöd. Das war blöd. Das war blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und jo Moment, wann komm ich da? Oh, nein! Stop it! Kann ich hier speichern? Ja, kann ich Das ist schon gut So, komm ich denn hier vielleicht hoch? Oder nicht so West zum Jo Okay, ich kann hier safen Safen? Zack Hier bin ich nämlich sicher Okay, äh Jetzt machen wir das folgendermaßen Fuck, fuck, fuck Fuck, 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 fuck Zack So, wir gehen jetzt hier rüber Habe ich mir gesagt Sagen lassen Zack Aha, so, okay Safen Jetzt machen wir folgendes Zack, zack 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 Da geht's doch rein, ich seh das doch Haha Wusste ich doch Hier gibt's den Kartenstein, okay Aha Muss ich also noch einen Kartenfragment finden Oh, wo ist hab ich Tödliche Reflexion Aha Nein Oh, schiaat Das war so schön Ich bin da eigentlich vorhin lang Da, ne Ja Lamp nicht lang Okay Wow Zack Zack Na komm, jetzt schieß doch Du ekelhafter Du bist ein ekelhafter Was soll denn der Shit Zack 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 Wusch Wusch Yay Oh Gott, wo komm ich denn hier hin Okay Schauen wir mal Äh Aha Da will ich auch nicht hin Ich will erst noch weiter rüber Ich hätte speichern sollen, ne Das wäre vielleicht nicht D gewesen Fuck Ich hab das Ding zerstört Was Das wollte ich so nicht Unbedingt Oh 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 Vielleicht nicht die smarteste Idee Die jemals hat Äh Wie komm ich nochmal darüber Achso Ja Ja Okay Äh Äh Dauer Hier komm ich Wenn sie im Flammenmeer des Horebergs um ihr Leben kämpfen Ich wünschte Daru sich einzig und allein ihr Kind wiederzusehen Oh nein Daru Warum So gehe ich erst rechts oder links Ich meine rechts kam jetzt die Katze, ne Eigentlich bist du nicht links Und das mache ich auch Zack Und Vamps Vamps Au So So dann schauen wir doch mal Okay Äh Hä Wasch Und Wum Und Wum Okay Jetzt machen wir den hier Aha Da gehen die Dinge rüber Fühlt mich das eigentlich? Nein Das ist Zum Glück Okay Okay Wie mache ich das jetzt nochmal? Moment Kann ich dir speichern? Ja kann ich Wusch Dann da Äh 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 What? Ich mach Scheiße Ja so ging's Oh Das hätte ich aber vorher machen müssen Okay Also ich gehe da hoch Dann mache ich nochmal den hier Ah ich drücke den verkehrten Knopf Oh Dämlich Nein Oh Zack Jo Genauso habe ich mir das gedacht Zack Können wir nämlich den Schlopper hier aktivieren Und dann Dinge tun Zum Beispiel die Lava ablassen Aha Jetzt kommen wir also auf die linke Seite Ic 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 Jetzt gibt's hier nichts eigentlich Na gut Äh Sonst gibt's hier echt nix Wow Sehr interessant Und schwupp Na gut Jetzt können wir also links Dann mache ich hier mal safe Schwupp Und Und Du Mach hier nochmal safe Ja 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 Ich mach hier nochmal safe Zah 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 Oh ja Oh 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 Läuft Wau ich Ähm Schwupp Bum Bum Jetzt kann ich hier rein Was gibt's hier Äh Okay Feuerviecher verschwindet Oh 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 Ja Gut Tja Nein Nein, ich muss noch den hier machen. Okay, also ich mach den hier und dann mach ich... Lad doch auf, Uri. Bam. Wieso kann ich hier nicht sicher... Wieso? Was? Also, das muss quasi schnell gehen. Ich hab das verstanden, glaub ich. Hoffe ich. Kann ich hier umsafen? Ja, kann ich. Okay. Also, ich will das schnell aktivieren. Dann da rum. Den Stein rausschieben. Und ich könnte mir ja hinter den Stein verstecken, ne? Weil, warum nicht? Müsst du doch eigentlich gehen. Jawohl. Zack. Hauen wir den da runter. Und machen dann damit Dinge. Nein. Du erwischst mich nicht. Nein, 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 nein. Da, 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 da. Machen wir das doch mal so. 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 Hahaha. Ja. Nice. Wie did it. Wie did it. Okay, das war hier schon wieder alles. Na gut. Au. Ja. Oh. Tja. Tja. Ah, da quillt mir bisher der Toruberg. Also, super Dungeon Design. Ich find das toll. Ich mag das. Sehr gerne. Sogar. Äh, ich möchte aber erst mal auf die Karte schauen. Da haben wir das. Das. Okay. Wir haben erst mal 27% vom Hochberg. Oh, sehr interessant. Okay, das sind ja alles quasi lauter so kleine Mini. Äh. Bieder hier. Bums. Natürlich. Dich hab ich nicht gesehen. Sorry. Ne, von beiden. Aha. Aja. Aua. Jo, lass mich. Lass mich doch. In Ruhe. Ach, du Scheiße. 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 Wow. Jo. 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 Lass mich alle in Ruhe. Zack. Zack. Oh mein Gott. Hab ich das grad beim ersten Mal geschafft? Respekt, hey. Das hätt ich nicht erwartet. Sein's nicht zu nutzen. Ne, dann mach mal. Sein. Los. Bäm. Cool. Hab ich grad beim ersten Mal einfach so wegge... wegge... weggerockt, ne? Einfach so. Kann man machen. Kann ich jetzt hier raus, oder muss ich den ganzen Weg zurück? Hehe. Nye. Na gut. Ne, ne, von Feinden. Natürlich, welche Feinde. Aber was ist denn da links? Achso. Schwupp. Schwupp. Ja. 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 Oh mein Gott. Au. Das konnte nichts werden. Das war mir schon klar. Wenn ich eben ein Boot nicht sehe... Drei. Drei. Nein. wow 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 alter lasst mich raus hier tschüss das war cool das war echt cool noch mal wo ist denn eigentlich die karte ich hätte echt gern die karte eigentlich sollte schmeichern zack jetzt komme ich hier rein ist nichts was wo ich einkommen ach ja ich würde aber sagen an dieser stelle werden erst mit den neulichen part denn bevor es zu lang wird mache ich erstmal schluss und wird sagen man sieht dann beim nächsten mal wieder also dann bis dann schau Leute